Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Das nächste FAQ im Januar steht an und ich muss euch mal loben. Ihr habt mir unglaublich viele Fragen gestellt. 92 Fragen mit dem Hashtag Frag Mike habt ihr geschrieben. Das ist neuer Rekord auf meinem Kanal, aber kommen wir erstmal zum F1 Fan der Woche, wie ich ihn ab sofort nenne, da ich ja zwei FAQs pro Monat hochlade und nach einem neuen Namen gesucht habe. Der F1 Fan der Woche ist dieses Mal der F1 Dude. Er hat mir folgendes zukommen lassen. Eine Bolidensammlung aus unterschiedlichen Jahren, ein Ayrton Senna Buch inklusive Ferrari Cap, sowie ein Mini Senna Helm. Danke für die Bilder und wenn du auch mal F1 Fan der Woche bei mir werden möchtest, dann schick mir mindestens drei hochauflösende Bilder von deiner Formel 1 Sammlung und einen kleinen Text als Privatnachricht auf meinen Discord. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Fangen wir mal mit der Fragenbeantwortung an. Frage 1, die kommt von Luis Guidi. Hashtag Frag Mike, könntest du dir die Formel 1 vielleicht irgendwann auf der Zone vorstellen? Ehrlich gesagt ja. Wenn eines Tages ein Sender wie RTL oder Sky aussteigt, beziehungsweise wieder aussteigt, kann ich mir das durchaus vorstellen. So ein Monatsabo auf The Zone ist wie F1 TV Pro gar nicht so teuer. Nur bei Sky kostet es ein klein bisschen mehr. Frage 2, die kommt von Mr. JPEG Football & More. Hashtag Frag Mike, auf welcher Formel 1 Strecke, egal ob ehemalig oder aktuell, würdest du am liebsten mal mit einem Formel 1 Auto fahren, wenn du die Möglichkeit dazu hättest. PS, danke, dass ich den Titel letztes Mal bestimmen durfte. Kein Problem. Der aktuelle Hockenheimring, der durch den Wald verlief, das wäre schon echt geil. Diese langen Geraden mit extrem hohen Geschwindigkeiten, dort entlang zu jagen, ist bestimmt ein tolles Erlebnis. Aber auch andere Hochgeschwindigkeitsstrecken wie Monza kann ich mir durchaus vorstellen. Frage 3, die kommt von Helmut Brandt. Hashtag Frag Mike, wieso konnte Kubica beim Brasilien Grand Prix in Runde 22 die Box verlassen, obwohl Verstappen kam? PS, beste News. Dankeschön fürs Kompliment. Er hat die Box von Williams nicht aufgepasst und ihn aus der Box fahren lassen, obwohl der Holländer bereits auf der Pit Lane bzw. in der Nähe der Williams Garage war. Er hat aber für die Aktion auch eine 5-Sekunden-Strafe wegen unsicherer Freigabe erhalten. Bei sowas muss die Boxen-Crew besser aufpassen. Frage 4, die kommt von Mitzusierock. Hashtag Frag Mike, wie viel Zeit geht bei dir pro Woche für deine Arbeit bzw. deinen YouTube-Kanal drauf? Geh mir mal von zwei News-Videos und dem FAQ am Samstag aus. Pro News-Video brauche ich mindestens zwei bis drei Themen. Diese Themen müssen erst einmal interessant sein. Bei einem interessanten Thema lese ich sie mir dann von vorne bis hinten durch, schreibe einen Text mit meinen eigenen Worten, frage meine Kumpels, ob sie mir ein Gameplay aufnehmen und mir zuschicken. Dann spreche ich das Ganze ab, schneide die Versprecher raus, ein paar Übergänge rein und schneide den Rest zu Ende. Das sind pro News-Video ungefähr drei bis vier Stunden, je nachdem, ob es ein kurzes Thema ist oder ein langes Thema. Beim FAQ ist das schon was anderes. Das dauert nämlich länger. Zuerst müssen die Fragen aktuell sein, damit das Interesse hoch ist. Dann suche ich mir zehn Fragen raus, frage meine Kumpels nach einem Gameplay, suche mir auf meinem Discord jemanden für den F1-Fan der Woche aus, beantworte die Fragen, wobei manche so schwer zu beantworten sind, dass ich allein dafür schon drei Stunden dran sitze, spreche das Ganze ab, auch hier dürfen keine Versprecher oder ähnliches drin sein, schneide den Rest mit Übergängen zusammen und dann habe ich ungefähr zehn Stunden der Zeit für ein FAQ verbraucht. Also zweimal bis zu vier Stunden für die News, das FAQ mit den zehn Stunden sind bis zu 18 Stunden YouTube-Stuff pro Woche. Jetzt wisst ihr Bescheid. Frage 5, die kommt von die Erektion-Hilfepraxis. Hashtag fragt Mike, warum dürfen die Zuschauer auf manchen Strecken wie Abu Dhabi während der Siegerehrung nicht auf die Strecke, wie zum Beispiel in Italien oder Australien? Eine passende Antwort habe ich jetzt nicht, von daher kann ich nur raten. Es könnte möglicherweise etwas damit zu tun haben, dass es auf der Startziel geraten in Abu Dhabi keinen Zugang von der Haupttribüne auf die Strecke gibt. Oder es könnte etwas mit der Sicherheit oder sogar mit der Versicherung zu tun haben, was der Streckenbetreiber möchte, damit niemand zu Schaden kommt. Wenn jemand von euch die Antwort weiß, schreibt sie in die Kommentare. Frage 6, die kommt von Gustav Himili. Hashtag fragt Mike, wenn Australien ausfallen würde, hat das dann auch Einfluss auf F1 2020? 2011 fand da bei Rhein Grand Prix auch nicht statt und im Game war die Strecke auch nicht zu finden. Ich gehe mal davon aus, dass die Australien-Strecke nicht in F1 2020 sein wird, sollte es zu einer Absage kommen. Frage 7, die kommt von Alexander Hall. Hashtag fragt Mike, wie lange dauert es, um einen Stadtkurs wie zum Beispiel Monaco vorzubereiten? Und wie viele Personen sind dabei beteiligt? Liebe Grüße, mach weiter zu. Dankeschön, das werde ich. Sieben Wochen vor dem Grand Prix fangen die Bauarbeiter an, den Stadtkurs vorzubereiten. 200 Mitarbeiter von unterschiedlichen Unternehmen verwandeln die Straßen von Monaco in einen Stadtkurs. Dabei werden 8,125 Kilometer Sicherheitsgeländer verbaut, 21.000 Quadratmeter Drahtgeflecht und 1420 Schutzreifen sowie 914 Meter an TechPro-Barrieren. Frage 8, die kommt von Sendiox. Hashtag fragt Mike, warum müssen in einem Safety Car zwei Leute sitzen? Und warum ist es der Mercedes-AMG? Ben Meilander ist seit dem Jahr 2000 der Safety Car-Fahrer und Peter Tibbetts ist sein aktueller Beifahrer, der mit der Rennleitung kommuniziert. Tibbetts ist genauso wie Meilander bei der FIA angestellt und nebenbei noch Kraftstoffanalyst des Sports. Warum das Safety Car von Mercedes ist, ist schnell beantwortet. Die Formel 1 hat mit Mercedes einen Vertrag abgeschlossen, um ein Safety Car für eine lange Zeit zur Verfügung zu stellen. Auch das Medical Car wird von Mercedes gestellt. Vorher waren die Safety Cars von Porsche, Fiat, Honda, Renault und Opel. Seit 1996 ist Mercedes in der Formel 1 als Safety Car und diese Modelle hier waren alle von AMG. Das derzeitige Auto hat einen 4 Liter V8 mit Biturbo-Motor verbaut und 585 Ponys an Leistung. Frage 9, die kommt von motorsporttv.de. Hashtag fragt Mike, wie würdest du es finden, wenn die Teams an speziellen Rennen, wie zum Beispiel Monaco oder Singapur, eine klassische Lackierung an den Start bringen würden? Dies wird bei der Nesca Cup Series gemacht und wird von Herstellern, Teams, Sponsoren und Fans sehr gut aufgenommen. Warum eigentlich nicht? Mercedes hat ja im vergangenen Jahr auch eine Sonderlackierung beim WC aufgrund von 125 Jahren Motorsport bekommen. Also wenn das so gut bei den Fans ankommen würde, sollten sie es machen. Zu Frage 10 und damit auch zur letzten Frage, die kommt von Janieva. Hashtag fragt Mike, glaubst du, dass wenn Mick Schumacher in die Formel 1 kommt oder spätestens wenn er im Ferrari sitzt, ein Formel 1-Boom in Deutschland auslösen wird, so wie Michael damals? Und glaubst du, dadurch wird der Deutschland Grand Prix wieder zurückkommen? Ich habe keine Zweifel, dass er einen großen Boom auslösen wird. Er ist bereits in der Formel 2 und die fahren ja in einigen Rahmenprogrammen in der Formel 1 mit. Wenn er es als Stammfahrer in die Formel 1 schafft, werden sicherlich mehr Leute die Formel 1 gucken, weil er ja Michaels Sohn ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Grand Prix von Deutschland nur dann zurückkehrt, wenn ein Hautschonzer bereit ist, mindestens 20 Millionen Euro als Antrittsgage zu zahlen. Aber Liberty Media legt nun mal mehr Wert auf Startkurse. Von daher wird es mit einem Hockenheim Grand Prix in Zukunft schwer. So Community, ihr seid wieder an der Reihe. Bombardiert mich wieder mit Fragen für das nächste FAQ am übernächsten Samstag. Vergesst das Hashtag FragMeik nicht und überprüft das Fragendokument in der Videobeschreibung. Das war's mit der Fragerunde für diese Folge. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video. Und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann es mit einem Klick auf Abonnieren und auf die Glocke nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschau.